Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge WarpDust, 10 Minuten 40k, dem Podcast, der noch nie das gehalten hat, was er verspricht. Und eigentlich, mein lieber Max, wir haben nicht mal ein Format, was diesem seltsamen Namen eigentlich gerecht wird, oder? Eigentlich nicht. Also nicht nur eigentlich, sondern uneigentlich halt dann auch. Ja, uneigentlich. Weißt du, dass das übrigens heute mein fünfter Podcast ist, den ich aufnehme? Ja gut, das ist ja dein Problem, dass du so eine Podcast-Bitch bist. Was heißt hier Podcast-Bitch? Ich bin einfach auf meine Arbeit beruflich dazu verpflichtet. Ich musste auch jetzt nochmal gestern meine Stellenbeschreibung unterschreiben. Steht halt wirklich dran, Podcasting. Na gut. Und mir ist was aufgefallen, also heute früh. Das ist doch jetzt nochmal so ein kleines Tale aus dem Real Life. Und ich nenne es im Deutschen, also ich würde es einfach der deutsche böse Blick nennen. Weißt du? Also, wenn du was machst, was eigentlich nicht verboten ist, wo aber keine, sag ich mal, offizielle Akzeptanz da ist im öffentlichen Raum, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dann sind die Deutschen halt zu introvertiert und zu höflich oder zu, wie man es nennen will, um was zu sagen. Nee, dann wird einfach böse und verachtend geguckt. Und mir ist das besonders aufgefallen, es ist immer so bei Sachen, die so keinen Sinn ergeben. Und ich muss es kurz erzählen, bei mir wird in der Nähe eine Brücke renoviert. Und das ist so eine recht enge Holzbrücke, wo ich frühst du mal zur Arbeit langfahre. Und das machen die, weil die wirklich essentiell ist für den Verkehrsfluss in meinem Stadtteil, indem sie praktisch zwei Boxen errichten auf der Brücke. Eine linke Hand, eine rechte Hand und dann fährst du halt an den Boxen so vorbei. Da steht auch ein Zettel dran, bitte absteigen. Also natürlich kein Schwein dran. Und frühs gibt es dann natürlich, da fahren nur die Fahrradfahrer lang, die zur Arbeit müssen. Ich fahre da halt jeden Früh lang und dann hast du immer diesen einen Rentner, der entweder in meine Richtung will, der dann absteigt und lang schiebt. Und hinter ihm sind so 20 Fahrradfahrer, die sich so denken, Digga, hier ist kein Fußgänger, kein gar nichts, warum steigst du ab? Oder der einem entgegenkommt und genauso den Verkehr auffällt. Und wenn du an dem dann vorbeifährst, dann hast du immer diesen leicht angesäuerten, tut mir leid, Leute, aber alte Leute blickt dieses Verachtende und ich höre es in meinem Kopf. Ich höre dieses, diese Jugend heutzutage, weißt du? Und da denke ich mir immer so, was ist dein Problem? Vor allen Dingen auch so, wenn man so, du kommst halt da lang, du hast Kopfhörer drin und du, also es ist dir anzusehen, dass du nicht hörst, was die Person sagt. Und dann brummeln die immer irgendwas oder rufen manchmal sogar eine Beleidigung hinterher und sehe ich mir immer so, Leute, ey, du hast jetzt, du hast vielleicht drei Interaktionen am Tag mit anderen Menschen in dem Alter, aber warum muss eine davon immer negativ sein? Vor allen Dingen, wenn es dich nicht mal betrifft, du kannst doch deinen Weg gehen wie jeder andere. Wir gefährden niemanden, niemanden. Nee, aber es muss immer was Negatives sein, was echt schade ist eigentlich. Ja, ich, das verstehe ich auch nicht. Also ich, Gott sei Dank muss ich nicht direkt mit den meisten Leuten auf meinem Arbeitsweg interagieren. Ich fahre nur etwa 35 Minuten mit dem Auto. Da interagiert man mehr indirekt mit den Menschen. Ja. Ja, aber das reicht teilweise auch. Also, ja, nee. Ja, vor allem, wenn man selber im Auto sitzt, Alter. Ja, das ist doch immer so. Ich finde es halt super schade, wie schnell wir einfach in unserer Gesellschaft und Zeit mit so was Negativen bei der Hand sind. Also sei es jetzt im Autofahren, wo man dann doch mal schneller den Finger zeigt oder, was weiß ich, anhubt oder auf die Fahrradfahrer schwimmt. Als Fahrradfahrer schwimmst du auf die Autofahrer, als Fußgänger schwimmst du auf beide und deep down wissen wir alle, wir sind alle kacke und niemand hält sich an irgendwas. Richtig. Also, das ist ja auch so ein Punkt. Oder halt auch auf, keine Ahnung, auf Instagram, Social Media, du schreibst irgendeinen Kommentar zu irgendeinem Kram, was recht fundiert ist und dann antwortet dir jemand mit so einem, so lachst du, weil du sagst, ja, dir ist echt nichts, nicht mehr zu helfen. Oder irgendeine kurze, dumme Antwort, wo ich mir so denke, so, was ist, hast du so einen Geltungsdrang, dass du dich jetzt hinsetzt und eine inhaltlose Antwort droppst? Weil man sieht, du willst nicht diskutieren, du willst nicht reden, du willst einfach nur so ein bisschen Hass oder so. Wie traurig ist das Leben, dass man so was Negatives rausbringt? Das ist genauso wie diese Idioten, die uns manchmal Hate-Kommentare schreiben. Ja, das ist so, äh, why? Also, das, ich kapiere das teilweise einfach nicht. Ja, weil, ganz ehrlich, wenn du, nee, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das, nee. Nee, nee, das machen wir im anderen Video. Das Ding ist halt einfach, wenn, auch die Leute, die sich aufregen, äh, ich hab meine Zeit mit eurem Video verschwendet. Ja, Bruder, jetzt hast du dir noch mehr Zeit verschwendet, einen Kommentar zu schreiben? What the fuck? Also, wenn mir ein Video nicht gefällt oder irgendwas, dann drück ich halt weg? Oder gib ganz, äh, ich geb ja wirklich sehr, sehr selten einen Dislike. Aber dann mach doch das. Aber verschwend doch nicht deine eigene Zeit und unseren, äh, nicht damit, äh, einen sinnlosen, negativen Kommentar zu schreiben. Also, keine Ahnung, ähm, wenn du jetzt konstruktive Kritik, richtig, wenn du jetzt konstruktive Kritik schreibst, wie, ey, Leute, äh, da und da, äh, knackt vielleicht, äh, Mikrofon oder ihr habt dieses, kennst du, wenn so ein S sprechen und das zischt so ekelhaft, ja, äh, dass du es quasi schon im Kiefer spürst? Wenn du es auf sowas hinweist, et cetera. Oder das unterschiedlich, äh, dass die Leute unterschiedlich laut sind. Ist ja völlig okay. Ja, ja. Ja, das ist konstruktive Kritik. Wenn man es jetzt nicht mit 50 Beleidigungen, äh, kombiniert oder so, ne. Aber sinnlose Dinge, also wirklich, das ist halt einfach nur reine Zeitverschwendung. Also, es ist jetzt... Und deswegen... Es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich rein deutsch sage, wir müssen unsere Zeit, äh, effektiv nutzen. Nein, aber ganz ehrlich, was verschwendest du deine Energie damit, sinnlose Dinge, also wirklich, wirklich sinnlose Dinge zu tun, die dir nichts bringen. Also, in dem Sinne, klar, könnte man, manche Leute würden auch sagen, eine Stunde rumsitzen ist sinnlos. Aber wenn es dir danach besser geht, hey, ist doch super. Aber ich glaube dir einfach nicht, dass du, dass es dir vom Hate-Kommentare schreiben besser geht. Ne, das ist nur noch Getrolle. Und vor allen Dingen ist es wieder so ein Puncto Zeit. Also, wenn man jetzt ein Hate-Kommentar absetzt oder was Sinnloses, ne, dann ist das Zeit, die man nicht zurückkriegt. Und ich denke, Freiheit ist letztendlich, deine Zeit selbst zu gestalten und einzurichten, ne. Das mag... Andere mögen jetzt sagen, Geld und so, ja, was machst du mit viel Geld? Letztendlich, äh, letztendlich, äh, kaufst du dir mehr Raum, um deine Zeit zu nutzen. Das heißt, letztendlich geht's da auch nur um Freiheit. Und da denke ich mir so, vielleicht an jedem von euch, nutzt doch eure Zeit für die Freiheit. Entscheidet euch dafür, vielleicht in dieser Zeit dann lieber was anderes zu machen, wegzuschalten oder keine Ahnung, ne. Oder wenn ihr eure Zeit nutzen wollt, dann versucht doch einfach einen positiven Impact zu hinterlassen. Man muss sich nicht immer so aufs Negative fokussieren. Schreibt doch mal, wenn euch was gefallen hat. Nicht nur uns, auch mal anderen Menschen. Oder sagt mal ein bisschen mehr Danke. Oder einfach was Positives. Weil, man, auch zum Beispiel, wenn ihr bei Instagram oder sonst wo Doomscrolling beschreibt, ne, und dann, äh, betreibt, und dann habt ihr da irgendein Video, was echt cool gemacht ist. Weißt du, es kostet euch dann vielleicht ein bisschen Zeit runterzuschreiben, tolles Video, hat Spaß gemacht oder war witzig. Aber ihr ahnt gar nicht, was ihr einem Creator dafür an diesem Tag gebt. Es kann ja auch sein, dass ihr, dass der Typ einen komplett scheiß Tag hat. Oder die Frau in dem Fall. Und dann ihr schreibt einen Kommentar und dann freut er sich darüber. Und sein ganzer Tag ist vielleicht ein bisschen besser. Weil so geht's mir auch manchmal. Deswegen würde ich sagen, Leute, für mehr Freiheit, für mehr Positivität und ein bisschen weniger Zeitverschwendung und Negativismus in der Welt. Richtig. Und Respekt. Respekt ist immer gut. Genau. Gut. Ich würde sagen, genug Moral empredigt. Und bevor wir jetzt richtig schnell ins Thema starten, auf das ich erstaunlicherweise richtig Bock habe, das war so ein Wow, wie bei das ist. Ja, Gunnar hat geschrieben, deutet nicht alles darauf hin, dass Lehman Russ als nächstes zurückkehren wird. Nein, 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 nein. Also generell, erst mal sagen, in einer generellen Reihenfolge würde ich einfach mit Fulgrim gehen, weil der fehlt den Chaos jetzt noch. Ja, ne? Also, hm. Und auf der loyalen Seite bleib ich tatsächlich einfach beim Kahn, gefolgt von Ferros Manus, aber dazu liefere ich irgendwann noch mal eine eigene Begründung. Kahn! Das wird der Avatar das Imperator aus dem Brüllen, wenn der auf seinem Thron sitzt und der Kahn sich so denkt, noch eine Runde um den Palast und noch eine Runde um den Palast. Aber wirklich. Ne, also, ähm, ich denke einfach, Fulgrim, ähm, ist sehr wahrscheinlich, weil immer so, ja, also, ja, ich denke, Fulgrim ist sehr wahrscheinlich. Nicht nur, weil er jetzt, ähm, ein 30K-Modell bekommen, also mit 30K-Regeln, aber. Dass ja eigentlich genau was dagegen spricht. Ja, richtig, aber ich denke, dass man, oder dass er zumindest als Nächster oder Übernächster kommt, weil man damit irgendwas anteasert. Weil man macht nicht ein Modell mit 30K-Regeln und bringt es raus mit 30K-Regeln und nicht für 40K-Regeln, oh yeah, äh, Regeln, ohne, also, ohne da einen größeren Sinn dahinter zu haben. Es sei denn, GW ist mittlerweile so degeneriert, dass sie auch schon irgendwelche Dinge rausbringen, bevor sie fertig sind und die 40K-Regeln einfach in der nächsten Version halt dabei sind. Was ja auch sein könnte, ist, dass, also, da werden ja Empress Children mitkommen. Vielleicht werden sie es nämlich so machen, dass ein paar Einheiten, die man in 30K spielen kann, zum Beispiel, ich denke, so Neuss-Marines sind es sehr wahrscheinlich, dass das rauskommt für, äh, 30K, dass die dann auch mit rübergenommen werden können. Also, dass sie da ein bisschen so zweifeligen mit einer Klappe schlagen. Das denke ich auch. Also, wie gesagt, es kann ja sein, dass sie den EA-Move machen und dann quasi, äh, die 40K-Regeln, so einem Zusatzding, äh, erhältlich sind. Ich, ja, das trau ich GW mittlerweile zu. Also. Ja, irgendwie schon. Also, es steht zwar drin, er wird keine bekommen, aber wer weiß, was da, naja, sehen wir mal. Und was sagst du auf Loyala-Seite? Wer kommt da? Boah, du, da überlege ich halt immer wieder, weil du hast schon recht, wenn du sagst, ähm, der und der Primarch würde halt nichts verändern. Aber, naja, ich erinnere so an die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ne? Ähm, es könnte halt schon gut der Khan sein. Es wird langsamer Zeit für einen Troublemaker. Ja. Das läuft mir ein bisschen zu rund. Ist halt echt so, oder? Also, das läuft gerade halt, die Loyalisten, und ich nenne sie jetzt einfach mal so, die Loyalisten sind sich überraschend einig. Ja, das gefällt mir nicht. Wir brauchen eine Wildcard. Es gab ja auch jetzt, ich hab neulich jemanden gesehen, der hat, der hat Dorn so gepitcht, aber gibt's für mich einfach, so gern ich's möchte, kein Evidenz. Also, entweder macht er einfach da weiter, wo er aufgehört hat, oder er wird dieser, äh, Black Crusader. Ja, und, okay, und man mag ja auch argumentieren, ja gut, die Klau des Imperators, die ist auf Dorn so gut wie gelockt, weil er ist dann... Imperial Fist, weißt du? Und er sagt, das wird dann so sein in seinem Buch, ich sag's dir, dann sagt er so, äh, ja, I'm Vengeance, I'm, äh, so, so Watcher, keine Ahnung, I am the Imperial Fist. Ja, ja. Also, er hat die, er hat's gesagt, ähm, und, ja, der Chris94 hat uns geschrieben, coole Theorie, aber was ist mit Konstantin Waldor, der ist doch auch noch im Webray, äh, der könnte auch den Avatar-Klon vom Imperator retten, was sagt der dazu? Äh, nee, Chris, da hast du was falsch verstanden, der ist nicht im Webray. Das ist jemand anderes, ja, also, es gibt auch einen goldenen Dude, der im Webray unterwegs ist, aber das ist nicht Konstantin Waldor. Genau, und Konstantin Waldor, wenn er das denn ist, du spielst ja auf den Königengelb und so an, der ist, wenn überhaupt, in der Warp-Tasche. Das hat so erst mal, und ich sag das in ganz großen Anführungsstrichen, erst mal mit dem Webray nichts zu tun. Richtig. Also, ähm, ich meine, wir sind uns ja immer noch nicht ganz sicher, was mit Ra ist, ne? Also, ich denke, dass er ihn mit Ra verwechselt hat, der ja wirklich im Webray unterwegs ist, mit, ähm, hier Dingensens, dem Dämonenschwert, also, gut, das Dämonenschwert, was er mit Also, er kann ja nicht mehr. Richtig, er hat's ja nicht mehr, also, aber, ganz ehrlich, du weißt, niemand ist tot, solange er nicht on-screen gestorben ist, deswegen, ähm, ja, lebt ja auch Old Bailey noch, ne? Also, theoretisch irgendwo, ja, in den Herzen der Orks. Der Punkt ist halt einfach daran, äh, da gibt's ganz, ganz viel, und wirklich, Leute, weil auch die Frage kam, ey, wann hören wir die Eisenhorn-Theorie? Leute, ich bin wirklich richtig aktiv dran. Ich bin wirklich sehr aktiv dran, und wie gesagt, wir fangen bald auf YouTube an mit Erklärfolgen, äh, aber. Später. Wie Professor Eich sagte, es ist jetzt nicht die Zeit, das zu nutzen. Richtig, später. Gut. Aber es ist nicht später, sondern jetzt Zeit, Max. Ähm, worüber spielen, äh, worüber spielen wir, ne? Nee, worüber reden wir? Wir reden heute über Piraten. Ähm, beziehungsweise das, äh, was einem Freibeuter dann doch eher am nächsten kommt, wobei das alles schon wieder eine Untertreibung ist. Wir reden heute über, ja, über ein Thema, ähm, was wir lange rausgeschoben haben, wo wir, ich glaub, in der, relativ am Anfang mal das mal angeschnitten haben, weil du der Meinung warst, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob, ähm, wie genau, aber wir haben es in der, in dem Zusammenhang mit angesprochen, und zwar, äh, mit der Inquisition, und zwar die menschlichsten Menschen im Imperium. Und da sagtest du nämlich, dass für dich die menschlichsten, äh, Menschen im Imperium Inquisitoren und Rogue-Trader sind. Ja. Ah, das waren die Inquisitionsfolgen, ja. Ja, genau. Und da haben wir das das erste Mal uns so gedacht, ja, eigentlich müssen wir da eine Folge drüber machen, und dann kam, äh, kamen, äh, die Rogue-Trader auch in das Buch der Folgen. Aber, und es ist tatsächlich ein Zuschauerwunsch von der lieben Emma und von Wolfgang. Grüße gehen raus, und machen wir natürlich gern. Richtig, also, äh, für Emma, ne, ich zippe jetzt mal hier an meinem Getränk. Ich hab zwar auch was zu getan. Gehört ihr das? Also, Rogue-Trader, Julian, ähm, ganz grob, ich würd einfach mal anfangen, also, ihr kennt uns ja, wir, äh, wir teilen das immer so ein, ähm. Ah, da muss ich noch was fragen. Ja. Ja, reden wir jetzt die ganze Folge von Rogue-Tradern, oder nehmen wir die Übersetzung Freihändler? Es ist mir eigentlich völlig egal. Ich find Freihändler furchtbar. Ich auch, aber wenn du, wenn du Freihändler ... Also, Freihändler ist, ist so eingedeutscht. Ja. Ja, ist es halt echt. Also, ich mag Rogue-Trader mehr, ich werde auch Rogue-Trader weiter sagen, auch wenn ich mir irgendwann die Zunge breche, wenn ich weiterhin Rogue-Trader sage. Sag das mal dreimal hintereinander. Äh, nein, aber wir werden, ähm, heute mit einem kleinen, kleinen Überblick anfangen. Wir orientieren uns, falls ihr ein bisschen mitgucken wollt, wie immer, so ein bisschen an Wiki. Aber wir weichen natürlich ein klein wenig davon ab. Ähm, ich habe Julian explizit um eine Stunde Aufschub gebeten heute, äh, der Aufnahme, damit ich noch ein bisschen auf, äh, Reddit rumreditieren kann. Das Problem daran war, ich habe mich für eine Dreiviertelstunde in ein so dermaßen abartiges Rabbit Hole begeben, dessen Informationen ich hier nicht mal nutzen kann. Insofern, äh, ja. Oh, gibt's, gibt's denn noch die Möglichkeit, diese Informationen von dir nochmal zu bekommen? Mal gucken, ähm, weil ich mich halt in das Rabbit Hole der, äh, Rogue-Trader-Edition begeben habe. Also, wenn das nicht passt, dann können wir das nochmal in der vorhin angesprochenen Folge über diesen Sektor gerne noch unterbringen. Das können wir gerne machen. Ähm. Vielleicht sogar in Sonderfolge. Mal sehen. Aber es soll uns heute erstmal um die Rogue-Trader im Allgemeinen gehen. Und so ein bisschen um die Geschichte, ähm, wo kommen die her? Und Julian erzählt euch noch ein bisschen, was, äh, was die so können, ähm, wie die Krieg führen, etc. Also, ähm, also ein bisschen genauer. Aber ihr kennt mich, ich bin gerne der Mensch, der so ein bisschen in die Geschichte reingeht. Ähm. Dann los, zeig uns die Origins. Der, also ich, ich weiß nicht, für mich sind das immer so Jack Sparrow auf Steroide. Jein. Also, ähm, ein Rogue-Trader erstmal für die Leute, die keine Ahnung haben, was ein Rogue-Trader ist. Man kennt vielleicht das Wort Rogue, also so ein bisschen abtrünnig kann man das vielleicht damit übersetzen. Ähm. Na, für mich wäre das so ein Shork aus dem Bandier halt. Genau, genau. Der Rogue. Ähm, aber manchmal heißt der auch dann, ähm, im Englischen, äh, Chapter Went Rogue, also ein, äh, ein Orden der Astartes, der halt Rogue geht quasi, ist nicht ganz Verräter, aber halt auch nicht wirklich loyal. Ne, also die kämpfen vielleicht schon noch für die Menschheit, aber. Irgendwie auch nicht fürs Imperium. Also, die sind halt so, ähm, außerhalb der imperialen Gesetzgebung. Zum Teil. Beziehungsstatus kompliziert. Richtig. Und Trader, klar, Händler. Also ein, äh, Händler, der, äh, ja, nicht ganz so legal immer Dinge tut, also, ähm, kompliziert. Also könnte man jetzt erstmal aus dem, aus dem, äh, Namen vielleicht eher auf so einen Schmuggler tippen. Aber, ein Rogue-Trader ist viel mehr als das. Die, äh, gingen ursprünglich aus dem Rogue-Trader Militant hervor. Also Militant, irgendwas mit Militär. Und das kommt daher, dass die, ähm, zum Anfang des großen Kreuzzugs tatsächlich ausgesendet wurden. Ähm, oder davor tatsächlich. Ähm, denn die ersten Rogue-Trader waren die großen Anführer der, äh, Reiche, die der Imperator bei den Vereinigungskriegen unterworfen hat. Denn, beim, der Imperator hat denen immer eine Wahl gegeben. Entweder ihr beugt euch vor mir oder ihr sterbt durch meine Hand. Das war so der Deal. Jetzt war dem Imperator aber klar, äh, knie nieder oder stirb, werden die meisten halt nicht wirklich anerkennen und halt lieber sterben. Deswegen hat er gesagt, pass auf, du kniest nieder, aber, wenn du das tust, dann kriegst du von mir eine Flotte, eine Armee und du darfst die Galaxis erforschen. Einzige Regel ist, du kehrst nie wieder nach Terra zurück. Und. Also geil, aber auch grausam. Geil und grausam, na klar, weil du dann deine Heimat komplett verlässt. Also du musst dir vorstellen, ähm, du bist Herrscher eines von dir aufgebauten Reiches auf einem Planeten, der richtig am Arsch ist und du darfst da nie wieder hin. Das ist schon, aber, mh. Aber andererseits, also ich weiß nicht, wie das so mit den Rogue-Trader-Empirien in der Hohes-Heresy war, aber für jemanden, der sehr mutig ist und vor allen Dingen auch vielleicht so, so ein bisschen Common Sense hat und sagst, okay, mit Terra geht's in der Form, wie wir das jetzt kennen, einfach zu Ende, der Imperator wird herrschen, ob ich jetzt will oder nicht, kann das ja auch eine Chance sein. Natürlich, und das war für die, die es angenommen haben, es gab natürlich auch genug, die das nicht angenommen haben und für die, die es angenommen haben, war das definitiv eine Chance. Und als Rogue-Trader solltest du ein bisschen mehr als Common Sense haben. Als Rogue-Trader bist du nämlich, ähm, ja, der Herrscher über deine eigene Flotte und teilweise auch über dein eigenes kleines Reich. Natürlich, denn ein Rogue-Trader, dessen Aufgabe ist es im Grunde genommen, außerhalb des Imperiums zu agieren. Also du hast als Rogue-Trader das Recht, im ganzen Imperium dich frei zu bewegen. Also irgendwelche Sperrzonen oder sowas gelten für dich einfach nicht. Du kannst dahin gehen, wo du willst. Und du hast auch das Recht, dich außerhalb des Imperiums zu bewegen. Und, was besonders ist, was halt sonst niemand im Imperium darf, außer vielleicht die Inquisition, du darfst mit nicht-Imperiumsangehörigen Lebewesen, und dazu zählen Menschen, die halt nicht im Imperium drin sind, und Xenos, mit denen darfst du interagieren und sogar handeln. Also einem Rogue-Trader ist es erlaubt, Handeln mit Aliens zu treiben. Was ziemlich krass ist, weil das darf sonst niemand. Also ein normaler Händler, dem ist das verboten, und der wird wahrscheinlich erschossen, wenn er das tut. Ein Rogue-Trader, bei dem ist das erstmal okay. Also da ist auch immer so ein bisschen Interpretation des jeweiligen Inquisitors, der da jetzt drüber richtet, aber in den meisten Fällen ist das in Ordnung, wenn ein Rogue-Trader handelt, Handeln mit Xenos treibt, solange das halt im Interesse des Imperiums ist, und der Handel nicht zum Nachteil des Imperiums ist, bla 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 bla, also die ganze Scheiße. Also die dürfen, dürfen die das offiziell? Ja, das dürfen die offiziell. Wow, das ist krass, ich weiß. Und das dürfen die seit dem Ende der Unification Wars, also das hat der Imperator noch verfügt. Okay, ergibt ja auch Sinn in dem, also wäre jetzt die Frage, ob es irgendwann mal zurückgenommen wäre, wenn man überlegt, okay, ihr fliegt jetzt voraus, der Kreuzzug ist teilweise von dem Ort, wo ihr hinkommt, noch hunderte Jahre entfernt, natürlich braucht ihr die Legitimation, weil ihr halt einfach nicht die Kraft habt, selbst mit eurer Flotte einfach alles wieder zu boltern, was da nicht bei drei vom Planeten ist. Richtig, genau. Und es hat natürlich den Vorteil, dass die teilweise, also ihr müsst euch vorstellen, so eine Rogue-Trader-Flotte am Anfang, die fliegt halt los, und das sind so, ja, lass es zehn Schiffe sein. Ja, also die Flotte, in Anführungszeichen von denen, ist halt nicht groß. Das sind nur zehn Schiffe. Und zehn Schiffe sind halt, das sind halt echt nicht viel. Das meiste davon sind irgendwelche Transporter, die halt für, ja, Waren, Raubgut, Handelsgut da sind, die halt mitgenommen werden, die sich zwar auch wehren können, aber es ist halt vor allem ein Händler. Der hat auch eine durchaus schlagkräftige Armee dabei, teilweise, manche von denen hatten sogar Astartes dabei, also nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich ein Kontingent Astartes, aber halt nur wirklich sehr, 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 sehr wenige. Die meisten im 40k aktuell heute, die haben einfach nur, wenn, dann sehr gute Beziehungen zu manchen Astartes-Orden. Das heißt, wenn du so einen Rogue-Trader anpisst, kann das halt mal sein, dass der seine Astartes-Kumpels ruft und du halt dann einfach einen Orden Astartes aufs Maul kriegst. Und das ist dann halt eher ungünstig, ne? Ach, hey. Details. Deswegen, also, sowas gab es auch, aber die meisten hatten halt, ja, Flotten und Männer und sind dann halt losgeflogen. Über was wir heute nicht reden, aber was wir zumindest kurz anschneiden müssen, meiner Meinung nach, ist die Warrant of Trade, also dieser Handelserlaubnis, sag ich mal. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen der Handelserlaubnis, den man vom Adeptus Terra bekommt. Also einfach so, ja, du darfst von Sektor A nach Sektor B fliegen und da halt, oder von Planet A nach Planet B fliegen und da halt Handel treiben. Das ist sowas, das kann quasi jeder, der ein raumfähiges Schiff hat, kann das erwerben. Ähm, diese Warrant of Trade kriegt man nicht so einfach. Vor allem die ganz Alten kriegt man nicht so einfach, weil die, die vom Imperator höchst selbst unterschrieben werden, also, das war halt so, der Imperator hat so gesagt. Wird schwierig, motorisch. Richtig, das heißt, der Imperator hat so gesagt, so, ja, entweder kniet er nieder oder ich bringe euch um. Ich persönlich, ja, also, das war immer so die Sache, ich, ich persönlich töte euch. Ähm, oder ihr kriegt von mir persönlich, ähm, diese Warrant of Trade und die ist unterschrieben mit Blut. Also, die, die die ganz Alten... Ah, das ergibt, was, das mit dem Dämon, was du da erzählt hast, ne? Diese ganz Alten, ähm, die sind mit Blut des Imperators unterschrieben worden und ihr müsst euch, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die, alter, ähm, im 40k, also in der jetzigen Zeitlinie, so ultra viel wert sind, einfach weil da das fucking Blut des Imperators drauf ist. Bei anderen, ähm, ist halt die Unterschrift in Form von Blut halt von irgendwelchen Primarchen drauf oder von irgendwelchen Anführern von Flotten, denn die Rogue Trader, die auf Terra entstanden oder, äh, halt entsandt wurden, das sind nicht die einzigen. Es gab noch ein paar andere Möglichkeiten, während des großen Kreuzzugs, zum Beispiel, ähm, wenn man irgendwelche Welten gefunden hat, die von Menschen halt kontrolliert wurden, dann hat man auch denen, also den Anführern, die Möglichkeit gegeben, Rogue Trader zu werden, also in manchen Fällen. Teilweise hat man gesagt, jo, hier, vor allem, äh, Leute wie Gilliman haben das gerne gemacht, die haben halt so gesagt, jo, äh, du darfst hier gerne Kommandant bleiben, aber du bist halt jetzt dem Imperium treu. Ähm, Leute wie Horus beispielsweise haben auch gerne mal diese, äh, Kommandanten oder diese, diese, äh, Herrscher über Planeten zu Rogue Trader gemacht. Einfach, weil... Ist halt natürlich auch ziemlich geil, zu sagen, statt, jo, äh, statt dich jetzt in politische Unruhen zu packen und auch zu sagen, du hast unser Volk verraten, lass es doch sitzen, fliege die Sterne und hab viel Spaß. Ja, richtig. Genau. Und das haben natürlich auch einige gemacht. Deswegen gibt's auch, wie gesagt, diese Warrants of Trade, die halt nicht vom Imperator unterschrieben wurden, sondern von Primarchen oder von irgendwelchen anderen hohen Funktionären oder halt, ähm, Admiralen oder wie auch immer von irgendwelchen Expeditionsflotten. So, genau. So viel ein bisschen zur Story, zur Geschichte. Es gibt auch heute noch, werden neue Rogue Trader, ja, ernannt, nennen wir es ernannt. Ähm, aber dazu kommen wir ein klein bisschen später. Was vielleicht noch ganz... Ist es bekannt, wie viele es gibt? Nein, das ist nicht bekannt. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass, äh, äh, Papa Schlumpf in der Ära Indomitus 100 Rogue Trader zu sich nach Ultramar gerufen hat. Denn, ihr wisst ja, im, ähm, in der Ära Indomitus ist die Galaxis in zwei geteilt. Einmal in das Imperium Nihilus und das, äh, Imperium, nicht Sekundus. Wie heißt das zweite? Nihilus. Nihilus, ja, und das andere? Äh, Solis. Solis, genau, Imperium Solis und im... Das ist witzig, letzte Folge wusste ich es nicht. Richtig, äh, Imperium Nihilus und Imperium Solis. Und, äh, der Gilliman ruft halt, die Rogue Trader, also 100 Rogue Trader bekommen von ihm eine Einladung, na, nach Ultramar. Und, du musst dir halt vorstellen, selbst für einen Rogue Trader ist das eine Riesenehre. Und natürlich bleibt da keine einzige Einladung unbeantwortet. Die kommen alle. Und, das ist eine ziemlich krasse Sache, wenn sich so 100 Rogue Trader treffen, weil die kommen nicht alle, jeder mit einem Schiff. Ihr müsst euch vorstellen, das ist in der Ära Indomitus und er ruft halt die Alten. Nicht irgendwie die, die seit 100 Jahren Rogue Trader sind, sondern die Alten, die er noch kennt. Ja, das heißt, das sind Rogue Trader, die ihre, diese Warrant of Trade, also deren Familie die Warrant of Trade, vielleicht sogar noch vom Imperator bekommen haben. Also, diese Dinger sind... Oder von ihm. Oder von ihm. Ja, wobei eher weniger, Gilliman hat das eher weniger gemacht, aber... Stimmt, aber... Also, ich find die Idee geil, das hört sich ein bisschen an wie dieses Flutgehrer Riebig, wo die sich alle da versammeln. Genau, auf dem dritten Teil, ne? Richtig, da muss ich auch dran denken, denn, was ich vergessen habe zu erwähnen, diese Warrant of Trade, die ist vererbbar. Also, das heißt, du gibst das an deine Kinder weiter und die können die dann weiter nutzen. Also, die sind nicht nur für dich als Person bindend, sondern an deine Blutlinie. Also, du unterschreibst ja mit deinem Blut und für diese Blutlinie ist das quasi bindend. Das heißt, du kannst die vererben. Und ihr müsst euch das vorstellen, dass da nicht nur jeder mit zehn Schiffen oder so ankommt, sondern die teilweise wirklich riesige Flotten haben. Also, wir reden hier von mehreren hundert Schiffen, die da ankommen und alle halt über einem Planeten. Und am Ende, denen ist eigentlich allen klar, bevor es überhaupt losgeht, was Gilliman von ihnen will. Und ich dachte im ersten Moment, Gilliman will sie nutzen als, ja, Kämpfer, als Soldaten. Ich würde vielleicht sagen als Speer oder, oh nein, wollte er sie ins Imperium nicht durchschicken. Nein, die andere Richtung. Okay. Weil, pass auf, du weißt doch, dass der, im Grunde genommen, der Großteil der Galaxis ist nicht erforscht. Also klar, das Imperium der Menschheit erstreckt sich über die komplette Galaxis. Blablabla, wir kennen den ganzen Scheiß, ne? Aber die Ränder der Galaxis sind bis heute unerforscht. Ah, also sowas wie die Hello-Sterne zum Beispiel. Richtig. Das heißt, du hast jetzt in der Mitte, ich gehe jetzt mal ganz simpel, du hast in der Mitte das Kicker-Trix-Maledictum, das das Imperium halt in zwei Teile schneidet. Das heißt, du kannst in diese Richtung, kannst du nicht gehen. Was ist die logische Erklärung? Du guckst in die andere Richtung und fängst an, bisher unerforschte Gebiete zu erforschen, um diesem Teil des Imperiums mehr Spielraum zu geben. Also die werden losgeschickt mit dem Auftrag, ey Leute, sucht nach neuen Welten, die wir besiedeln können. Also es gibt eine neue, aktive Expansionspolitik des Imperiums, getrieben durch diese Rogue-Trader. Und, ey, und da soll jetzt noch mal irgendwer sagen, Bobby G, wie wir dann auch immer wieder mal Spaß haben, dann ist langweilig oder gar nicht. Alter, das ist ja so schlau. Oder? Es ist unglaublich. Das ist halt typisch, aber wenn man mal drüber nachdenkt, absolut logisch von Glimmen. Du kommst in die eine Richtung nicht weiter, also gehst du in die andere, weil da ist noch Platz. Also logisch, du expandierst in diese Richtung. Und ... Das ist nichts, worauf ein Corvus oder ein Manus oder so gekommen wären. Nicht mal ein Löwe wäre auf die Idee gekommen. Nee, vielleicht noch ein Kahn. Aber nee, der wäre auch auf den Move ... Ein Kahn definitiv. Der wäre auch auf diesen Move mit den ... Ein Kahn wäre definitiv auf die Idee gekommen. Ja, ja, von sich aus. Aber der wäre nie auf die Idee gekommen, die Rogue-Trader zu rufen. Das passt nicht in seinen Charakter. Das ist richtig. Der hätte selber gemacht. Ja, und wenn er wen getroffen hätte, einen Rogue-Trader, hätte er ihm vielleicht das Angebot gemacht. Kommt doch mit. Ja, gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Ey, Bobby G ist so ein Brain. Weil das Ding ist halt, in der Zeit, also im 40k, machen die Rogue-Trader im Grunde genommen immer so kleine Expeditionen in das Unbekannte. Unbekannte für so 3, 4, 5, 6, 10 Jahre und kommen dann wieder zurück ins Imperium, um halt ihren Scheiß zu verkaufen. Weißt du quasi, die gehen halt looten, kommen zurück und verkaufen ihren Scheiß, um sich halt bessere Ausrüstung zu kaufen. Ne? Also, so in der Richtung. Aber, der ursprüngliche Sinn der Rogue-Trader, der Rogue-Trader Militant, war ja, zu expandieren. Also wirklich aktiv rauszugehen, Planeten zu kolonalisieren und das Imperium zu vergrößern. Das war der Sinn der Rogue-Trader und den holt Gilliman damit zurück. Was eine unglaublich super Idee ist, denn, wie gesagt, du brauchst Platz irgendwie, weil ihm ist klar, es gibt jetzt eine Zeit, also es kommt jetzt eine Zeit und wir sind in einer Zeit, in der Manpower unglaublich wichtig ist. Und wie kriegst du mehr Manpower? Ganz einfach, du erhöhst die Fläche, auf der du züchten kannst, um es jetzt mal böse zu sagen. Ja, also, so kann man das auch nicht. Ich hätte gesagt, im Spielejargon, du schaltest dir einfach eine neue Provinz frei, einen neuen Außenposten. Ja, richtig. Also, du, es ist halt besser, wenn du von zehn Planeten rekrutieren kannst, als von einem. Weißt du? Weil da einfach mehr Platz ist, mehr Leute. Ganz klar. Also, das macht der gute Gilliman damit gut. Ich habe absolut meinen Faden verloren, weil ich komplett von meinen Notizen abgewichen bin, aber egal. Ich mache mir kurz das Wiki auf, um mich daran weiter zu orientieren. Wir waren das bei Ära Endomitus. Alles klar. Pass auf. Ähm, wie stehen die jetzt so legal da? So, also, von der rechtlichen Seite her. Denn wir haben ja vorher gesagt, Rogue ist immer sowas, was nicht ganz so rechtlich ist, ne? Und im Grunde genommen, sobald die außerhalb des Imperiums sind, können die machen, was sie wollen. Wenn die Planeten finden, wo eine Alienrasse drauf ist, dann ist es denen überlassen, ob die einfach weiterfliegen, ob sie die zerstören, ob sie mit denen Handel treiben, ob sie den Planeten ausbeuten, ob sie den kolonialisieren. Das ist völlig egal. Das ist denen komplett überlassen. Ähm, also normalerweise im Imperium, du findest ne Xenos-Rasse und du zerstörst sie. Punkt, weil es Xenos sind. Als Rogue-Trader bist du dazu nicht verpflichtet. Also du machst dich quasi nicht strafbar, laut imperialem Gesetz, wenn du die nicht zerstörst als Rogue-Trader, weil das musst du nicht. Du kannst halt mit denen Handel treiben, weil wenn du zum Beispiel der Meinung bist, dass der Handel mit diesen Aliens jetzt dem Imperium zugute kommt. Du kannst sogar, ähm, wobei das eher eine Grauzone ist, auch Technologie, also, naja, wobei die Technologie ist keine Grauzone, also du kannst die Technologie dieser Aliens mitbringen. Du kannst sie in deine Flotte integrieren, also das geht sogar so weit, dass manche Rogue-Trader ganze Aliens-Schiffe in ihre, ja, in ihre Flotte integriert haben, die sie geschenkt bekommen haben oder die sie erhandelt haben oder wie auch immer. Ähm, die meisten... Aber warum lässt man die das so machen, wenn das für alle anderen, ey, so sehr, also Astartes, Gouverneure, ey, also das ist ja, wird das ja wie bei der Inquisition. Ja, die sind rechtlich etwa auf einem ähnlichen Stand, auf einem ähnlichen, sind ein Stückchen unter der Inquisition, aber nicht viel. Ähm, also eher so ein bisschen wie Space Marine Orden, weil ganz ehrlich, es gibt auch Space Marine Orden, die, äh, Xenos Gedöns dabei haben. Ja, aber es ist halt, also, es ist halt nicht die Regel, weißt du? Ja, gut, das ist richtig. Ähm, wie gesagt, die sind nur ein Stückchen unter der Inquisition, was das Rechtliche angeht, auch wenn sie wieder im imperialen Raum sind, das heißt aber nicht, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, wenn sie im Imperium sind. Also, sie können jetzt einfach nicht hingehen und, keine Ahnung, irgendwo zehn Schiffe mitnehmen, das geht nicht. Also, sie können nicht sagen, yo, ich brauch deine zehn Schiffe, äh, ihr kommt jetzt mit, ihr seid jetzt Teil meiner Flotte, das, das geht nicht, das dürfen sie nicht. Aber, die können halt random irgendeinen Raumhafen anfahren oder anfliegen halt in dem Moment, ähm, und da halt aggressiv rekrutieren und im Grunde genommen dort sämtliche Arbeitskräfte mitnehmen, wenn die freiwillig mitgehen. Wobei ich mir vorstellen kann, es ist das Imperium, wir wissen alle, was Draftsmen sind, also, das sind quasi die, äh, zur Zeit der Royal Navy, ja, ich weiß, die gibt's auch heute noch, aber ich meine, so in der, äh, 15. oder 16. Jahrhundert, ähm, du hast mit denen, du hast mit denen gesoffen und am nächsten Morgen bist du auf einem Schiff aufgewacht, was bereits auf hoher See ist. Da gibt's sogar einen Begriff zu, das nennt sich Shanghai, das heißt, du wirst in der Bar angequatscht, äh, betrinkst dich mit denen, unterschreibst irgendwann irgendwas, versäufst deine Heuer, deswegen anheuern, deswegen nennt man das Heuer, und nächsten Tag wachst du auf dem Boot auf und dann hast du ja nicht mal, hast ja kein Geld mehr, schuldst dir erstmal Geld, also erstmal arbeiten und so runter vom Meer kommst du auch nicht mehr. Richtig, genau, äh, Shanghai oder halt Drafted, also das ist der generelle Begriff davon, ähm, also eingezogen quasi, genau, das, äh, kann da halt auch mal passieren, aber ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, wenn so ein Rogue-Trader irgendwo festmacht und, äh, dann sein Rekrutierer in die lokale Bar geht und sagt, ey, Hey, Jungens, seid ihr nicht auch leid, hier permanent dieselbe Scheißarbeit zu machen? Kommt mit uns, erforscht die Sterne, erobert die Sterne, weißt du, so ein Bullshit, mit dem du halt einfach, äh, junge Leute, junge Menschen motivieren kannst, also in dem Fall. Naja, vor allen Dingen in 40k, was hast du teilweise für eine Perspektive auf einer Fabrikwelt oder so? Genau, also, das war jetzt auf, äh, 40k bezogen. Aber ich glaub, mich würdest du auch damit kriegen, wenn du sagen würdest, komm mit uns und er, und erober die Galaxis oder so ein Scheiß. Ja, mich würdest du heute damit umkriegen. Ja, sag ich ja, also definitiv. Also, da wär ich sowas von dabei. Aber gut. Das dürfen die machen, die dürfen Xenos-Technologie verkaufen, also, es ist ihnen erlaubt, nicht nur das zu besitzen, sondern auch damit Handel zu treiben, was ich schon mal sehr interessant finde. Die andere Seite ist halt so, ist halt immer die Frage, wer's kauft. Wenn es irgendein imperialer Gouverneur ist, hm, fraglich, ob der dann noch lange lebt. Der Joke-Trader ist dann wahrscheinlich wieder weg, aber der Gouverneur, naja, hm. Äh, aber wer weiß, wer sich da, also, das ist natürlich so, ja, okay, es ist halt ein Risiko, aber so eine Ada-Knarre zu haben, ist halt auch verdammt geil. Ja, das ist richtig. Ähm, denken sie übrigens auch die Joke-Trader, hab ich noch gar nicht angesprochen, die, äh, sind natürlich selber über die Jahrtausende, die sie bereits Joke-Trader sind oder halt ihre Familie, ähm, haben die so ein paar sehr, sehr interessante Gimmicks und sowas, äh, sich angeeignet. Also, es gibt welche, die rennen natürlich im Power-Armor rum, klar, why not, aber es gibt tatsächlich viel mehr von denen, die halt in irgendwelchen Uniformen rumlaufen und halt Kraftfelder haben und irgendwelche, äh, Anhänger. Äh, also, du kennst ja diese, ähm, jetzt hab ich den Namen vergessen, diese, diese Person, die persönlichen Kraftfelder, die zum Beispiel auch, ähm, die, also sowas wie ein Rosarius, Rosarius hast du das, glaub ich, ne? Ja, dieses, diese, diese, diese stehlernden Sterben. Genau, 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 sowas in der Richtung, aber halt in klein und lauter so, 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 DG-Weapons, also, so, die kleinen, so, Mini-Waffen, also, das ist quasi wie so ein Ring, zum Beispiel, also, getarnt als Ring, ähm, der dann, äh, einem Astatis das Gesicht wegschmelzen kann auf 5 Meter Entfernung. Ja, sowas verwendet zum Beispiel in Eisenhorn ein Freihändler, um einfach mal so ein Inquisit und ein Power-Armor halt zu toasten. Genau, also, das, äh, ist halt gang und gäbe bei dem, die sind halt extrem selten, aber wenn deine Familie schon seit 10.000 Jahren Rogue-Trader spielt, dann hast du halt nicht nur einen Ring, sondern sieben an jeder Hand und jeder davon schießt eine andere Art von Laser. Also, sieben an jeder Hand wird schwierig, andererseits, Augmentation im Imperium ist ja so ein Ding, auch organisch. Ja, richtig, also, deswegen sieben an jeder Hand. Alter, stell dir das, stell dir das mal vor, da kommt so... Wie viele Finger zeige ich? Sieben! Ha! Und wer diese Szene jetzt kennt, ihr seid alt. Ja, scheiße, das hatte ich voll, voll... Oh mein Gott. Das ist so eine geile Szene. Ja, da fühl ich mich ja schon, äh, allmächtig. Ach. Alter. Nein. Machen wir weiter, äh, gehen, 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 gehen wir einfach, nee, nee, gehen wir einfach zu den verschiedenen Origins der, der Rogue-Trader. Also, was kann als ein Rogue-Trader werden? Ein Rogue-Trader kann werden, quasi, wie ich bereits gesagt habe, von eroberten Welten irgendwelche, ähm, hohen Leute oder halt die, ganz anfängen, die, die, äh, Herrscher der Reiche, die der Imperator zerlegt hat, aber es gibt auch heutzutage noch neue Rogue-Trader, also heutzutage in Anführungszeichen der aktuellen Timeline. Die kommen aus unterschiedlichen, ja, Gebieten, haben unterschiedliche Herkünfte und, also die sind wirklich krass divers. Du hast natürlich Imperial Navy, also die Navy, das heißt alles, was mit, äh, Raumschiffen durch die Gegend fliegt. Logisch, du bist ein krasser Admiral, äh, tust dich hervor und beschließt eines Tages, du bist jetzt Rogue-Trader. Das kann übrigens auch passieren, dass du das halt einfach selber beschließt, ähm, dass dich niemand ernennt. Ähm, das ist aber so ein bisschen fishy, weil das ist halt wie so, du sagst halt, ich bin Rogue-Trader, bis halt ein Inquisitor kommt und sagt, ja, dann zeig mal, äh, zeig mal deine Rogue-Trader-Erlaubnis. Ne? So, zeigen sie mal ihren Führerschein. Also, dann wird's halt lustig. Ähm, dann wird's enger. Die können aber auch ernannt werden, also man, man kann Rogue-Trader werden, wenn man sich krass hervortut. Gut, das wird jetzt natürlich kein einfacher, äh, ja, Matrose, da muss halt schon Admiral oder sowas sein, aber du kannst halt aufsteigen. Ist genauso wie, ähm, Astra Militarum, da kannst du genauso aufsteigen, aber halt nicht als einfacher Soldat, sondern du musst halt schon krasse Führungspersönlichkeiten beweisen. Denn, wenn du zum Rogue-Trader ernannt wirst, ähm, gibt man dir nicht einfach nur diese World of Trade in die Hand und sagt, so viel Spaß, sondern du kriegst halt noch, äh, in den meisten Fällen eine Flotte dazu, wenn du die nicht eh schon hast, ähm, und noch so ein paar Ressourcen wie, äh, Leute, also, ja, eine Armee, eine kleine, und, äh, Vorräte und vielleicht noch ein paar, äh, fähige Individuen, die dich beraten können. Also, das ist schon eine Investition, die da getätigt wird, deswegen macht man auch nicht jeden zum Rogue-Trader, sondern du musst halt wirklich vorher schon beweisen, dass du ein krasser Typ bist, oder Typin. Ja, ist ja auch ein gewisses Risiko, ich meine, die Typen kriegen praktisch wirklich einen Freifahrtschein. Richtig. Ähm, das nächste, ähm, Händler ist eigentlich relativ selbsterklärend, du hast halt ein fettes Handelsimperium und irgendwann sagt halt Adeptus Terra, ja, Alter, also nicht, nicht Adeptus Terra, die Highlights of Terra sagen dann irgendwann, ja, Alter, du bist sowieso schon so krass, äh, hier, viel Spaß damit, verpiss dich, geh aus dem Imperium raus und, äh, hab viel Spaß. Ähm, in derselben Art und Weise funktioniert das übrigens auch mit, äh, dem Administratum. Bei denen kann das nämlich auch passieren, also, dass du als Adept des Administratums, oder halt Adept, ein bisschen höherer Typ des Administratums, zum Rogue-Trader werden kannst, und zwar, wenn du ein bisschen zu gefährlich wirst. Ne, also, man kann dich nicht beseitigen, weil du bereits sektorübergreifende Netzwerke aufgebaut hast, aber man kann dich auch nicht an Ort und Stelle lassen, weil du ein bisschen zu viel Einfluss hast. Also sagt man dir, ey, guck mal, hier hast du 30 Schiffe, hier hast du eine World of Trade, hier hast du eine kleine Privatarmee, da ist die große Galaxis, viel Spaß. Oh, das ist halt wirklich so, entweder wirst du befördert, also, entweder wirst du richtig krass, so super, super befördert, oder du wirst halt erschossen. Ja, ist halt echt so, oder du verschwindest halt einfach. Ähm, passiert übrigens auch mit, ähm, planetaren Kommandanten, also diese, diese Gouverneure, genau. Ähm, die, in dem Fall ist es halt immer noch so, wenn die ein bisschen, äh, aus der Reihe tanzen, aber halt, das machst du halt nicht bei irgendeinem planetaren Gouverneur, sondern, ähm. Ähm, bei einem, der vielleicht seine Blutlinie schon Gott weiß wie lange zurückverfolgen kann, oder jemand, der sehr viel Einfluss hat, oder der sehr beliebt ist, oder wie auch immer, den du halt nicht einfach erschießen kannst, ähm, öffentlich, sondern der halt erst über lange Jahre krank werden müsste, und was weiß ich alles. Also, wo hast du einfach nur mehr Mühe, als ein Assassine wäre, deswegen, ähm, sagt man dann an, ey, guck mal, ähm, wie wär's denn, wir haben hier eine World of Trade, wir haben hier 30 Schiffe, ist das nicht was für dich? Hab Spaß. Was sehr, sehr selten passiert, aber auch schon passiert sein soll, ist, dass ein Inquisitor zum Rogue Trader geworden ist. Auch hier gehe ich mal davon aus, dass es politische Gründe hat, wenn du zum Beispiel so einen, ähm, Inquisitor hast, dem die Regeln des Imperiums nicht ganz so wichtig sind, und der sagt halt, naja, der Zweck heiligt die Mittel. Ne, ne, ja, und da gibt's dann ein kleines Problem, und das ist nicht nur ein kleiner Inquisitor, sondern vielleicht schon ein sehr, sehr hoher Lord Inquisitor, dann kann man auch mal sagen, ja, wie wär's denn, ähm, wenn du Rogue Trader wirst, weil sonst wird das sehr schmutzig. Und hat natürlich zur Folge, dass dieser Rogue Trader dann immer noch ziemlich gute, äh, Connections zur Inquisition hat, ähm, ja, was halt problematisch ist, also ich kann mir das bei denen so vorstellen, ähm, der bietet einem planetären, äh, Gouverneur so ein Xenos-Artefakt an, der Gouverneur will das kaufen, und der Rogue Trader sagt so, haha, you just activated my Trap-Card! Und verpfeift ihn halt bei der Inquisition oder so ein Bums, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass die, äh, so einen Scheiß abziehen, aber, äh, naja. Julian, ich wäre jetzt erstmal mit der groben Geschichte durch, kann natürlich sein, dass du noch Fragen hast an mich, wenn nicht, dann würde ich das Wort an dich übergeben. Ich bin begeistert von der Rogue Trader-Geschichte, man muss ja auch so sagen, die Rogue Trader sind ja irgendwie eine Fraktion und irgendwie auch nicht, weil es sich an sich um einen Haufen individueller Charaktere handelt. Vielleicht behandeln wir irgendwann auch mal Rogue Trader im Einzelnen, was weiß ich, die bieten eine Menge Potenzial, aber es ist halt wie bei der Inquisition bloß halt noch viel individueller, deswegen versteht bitte, dass wir natürlich nicht so ein, also wir können euch hier wirklich einen Überblick über diese Fraktion geben, von der jeder Einzelne praktisch seine eigene Geschichte. Richtig, also die sind, das ist halt nicht so Rogue Trader-Archetyp, ähm, die sind alle irgendwie grundlegend so, nein, da ist jeder, wirklich jeder individuell, weil jeder einen anderen Background hat, ähm, jeder eine andere Blutlinie, jeder hat diese Wound of Trade irgendwie anders bekommen und jeder hat über die Jahre andere Beziehungen aufgebaut, anders handelgetrieben, etc., also die sind, da ist keiner wie der andere. Das ist, das passt ja auch ganz gut, denn es wird ja tatsächlich dieses Jahr noch ein, äh, Rogue Trader Rollenspiel erscheinen, ne? Ich hab da so Bock, ja, ich hab da so Bock drauf, ohne Scheiß. Und Mitglieder der Crew sind unter anderem Elders, Space Marines und auch Drukhari, also, ja, also das, das Ding ist halt wirklich geil, wäre für mich tatsächlich nichts, äh, was ich so streamen würde, weil ich glaub, ich bin da nicht der Typ für, um, um selber sowas zu streamen. Aber wer, wer könnte denn sowas machen, Julian, und wo könnte man sowas sehen? Ach, das ist keine Ahnung, bei Twitch, Gott, wir haben bestimmt vor zehn Jahren das letzte Mal Werbung gefühlt gemacht. Weil ich auch gefühlt vor zehn Jahren das letzte Mal aus Twitch gestreamt habe, weil, ja, Zeit. Ja, aber steht noch auf der Liste, Leute, tatsächlich, wie auch unser Shop, wir haben euch nicht vergessen, keine Sorge, nur ignoriert. Ähm, ja, Rogue Trader, ich könnte dieses Kapitel jetzt nennen, die Macht der Freiheit, denn hat halt Vorteile und Nachteile dieser ganzen Bums. Denn diese Handelslizenzen, wie sie auf Deutsch heißen, äh, Warrant of Trade, wie gesagt, die bringen eine ganze Menge Annehmlichkeiten, Max hat ja schon ein paar genannt, Freihändler haben halt extrem krasse Ressourcen. Und manche haben halt nur drei, vier Schiffe, aber alte haben halt ganze Flotten und Truppen. Es ist auch so, wenn man, wie gesagt, ein Freihändler wird, dass man, wenn man kein Schiff hat, ähm, als Flaggschiff meistens einen Kreuzer gestellt bekommt. Und Schiffe sind zwar wertvoll, aber so ein Freihändler ist, wenn er richtig funktioniert, sag ich mal, etwas Besonderes. Man will jetzt nicht, dass er hinter dem nächsten, äh, Nebel sofort von Piraten in Stücke geschossen wird. Deswegen, ähm, bekommt die meistens auch eine Eskorte, so wie eine Vielzahl von Frachtschiffen, Beiboten, Verarbeitungsraffinerie-Schiffen und viele weitere Hilfskräfte. Es kann sogar so weit sein, ich meine, du bist ein Gouverneur, du weißt, wie man Planeten führt, kannst du deswegen ein Raumschiff fliegen? Nein, also kriegst du Piloten und Flottenkommandanten und so, wenn du das nicht kannst, weil, muss ja nicht sein, denn die meisten Freihändler, die jung sind oder das halt neu anfangen, also jung ist ja im Imperium sowieso, dank der Juvenobler Handlungen so eine Sache, ähm, die sind begierig, dieses Kommando selbst zu führen. Die wollen wissen, wie man Schiffe befehligt und Armeen führt. Aber wie gesagt, wer das nicht kann, der kriegt auch Hilfe von den Behörden. Es ist sogar möglich, imperiale Garde zu bekommen. Theoretisch, nur zeitweise, aber realistisch, naja, also, zur imperialen Garde mal ein Wort, weil mich stört da immer so eine Sache. Die sind kein Kanonenfutter. Manchmal schon in beschissenen Situationen, aber ihr müsst bedenken, das ist ein gut ausgebildeter Garde-Soldat, der ist vergleichbar mit unseren Special-Obs-Leuten hier. Also, die imperiale Garde wäre in der Lage, die Erde zu erobern, würde ich schaffen. Easy. Easy. Also, nicht mal wegen Masse. Easy. Das kriegen die auch so hin. Also, ganz ehrlich, setzt sich ein Regiment, äh, äh, hier, Greeksmen ab und die erobern unsere Erde in, äh, ja, sehr schnell. Also, absolut. Ja, und sind absolut angepisst, dass du so wenig Verluste hast. Also, das ist auch so, ja, okay, das ist ein Bombenhackel. Niemand würde so dumm sein, dann kopfst du an der Tür. Oh, schatz. Ähm, ja. Es ist aber so, erst mal, im 40K haben wir die krassesten Konflikte auf Koks und Steroide. Das ist richtig. Aber die sind trotz alledem auf Galaxis-Scale gesehen immer noch die Ausnahme. Das heißt, in, sag ich mal, Rente zu gehen oder irgendwann sich zur Ruhe zu setzen, das ist als imperialer Garde-Soldat nicht nur möglich, sondern tatsächlich auch eigentlich die Regel. Es gibt Sektoren, da passiert hunderte Jahre nichts und wenn ein Soldat, sag ich mal, auf einer guten Welt 80, 90 Jahre alt wird oder auch nur 60, ne, das ist ein Fliegenschiss. Der Mann geht zur Armee, wird gut ausgebildet, versitzt da seine Zeit in der Garnison und dann ist halt Feierabend, ne. Es gibt ja auch bei uns Soldaten, die halt in Dienst getreten sind in den 80ern und heute schon wieder in die Rente gehen. Ne. Ähm, die Sache ist halt die, bei den Imperial Guard-Soldaten, bei den Rocktrainern ist das ein bisschen was anderes. Das liegt nicht nur daran, dass die Typen halt verfickt weit rumkommen und wahrscheinlich nicht doch mal so schnell zu den Planeten zurückkehren, wo sie halt, naja, gestartet sind, sondern es liegt auch ein bisschen daran, dass die Situationen, die sie sich hineinbegeben, ob wissentlich, unwissentlich, gewollt oder ungewollt, scheiße gefährlich sind. Also, wer da wieder rauskommt, das ist ein geringer Prozentsatz, der ist fucking gering und es ist ja auch so ein bisschen Bruderschaft, also die Rogue-Trader, also nicht alle, aber einige rüsten dann zum Beispiel Leute auch mit eigenen speziellen Waffen aus, Fahrzeuge, aber auch Uniformen und so, es entsteht ein Band und irgendwann ist halt, muss man sagen, die Loyalität zum Käpt'n halt ein bisschen höher als zum Gewerneur auf einem weit entfernten Planeten. Ich meine, mit euren Jungs, ihr seid euch Blutscheiß und Xenos gewartet und jetzt solltet ihr wieder zurückgehen auf den Planeten, um euch da an den Arschplatz zu sitzen, während Ruhm, Geld und, naja, Abenteuer draußen wartet. Naja, ich würde da halt auch nicht mehr gehen, weil, ich meine, wer soll den Rogue-Trader dazu zur Rechenschaft ziehen? Ich meine, er hat ja euch, ne? Ähm, genau. Es ist aber noch so, dass nicht nur militärische Leute bei seinem Rogue-Trader dabei sind, es sind auch Großarmeen von Bürokraten, Verwaltern, Schreibern, Handwerkern, Berater und Administratumsleute und das kann halt sogar sein, dass die selbst vom Administratum gestellt werden. Also, das ist praktisch der fliegende Stadt im Weltall. Die haben halt alles, ne? Und Kolonisten natürlich, weil das ist auch eine Aufgabe der Rogue-Trader, entdeckt neue Welten und besiedelt sie und das kann halt sein, dass die Rogue-Trader diese Welten dann auch behalten und oft werden dann halt Verwandte oder Vertraute als Anführer von solchen Welten zurückgelassen, die dann selbst praktisch neue Leute hochziehen und so entstehen so gesehen kleine Rogue-Trader-Imperien. Einige davon sind hundert Jahre alt, einige tausende und manche sogar zehntausende. Es gab welche bereits während der großen Kreuzzüge. Die haben natürlich nichts mehr so mit diesen, ähm, sag ich mal, Herren der alten Erde zu tun, aber die Imperien und die Namen leben bis heute. Und somit auch ihre Dynastien und die Bürger und auch die Rogue-Trader sind mächtig stolz darauf. Denn sie stehen über den Bürgern des Imperiums und das ist denen auch bewusst. Das ist auch an ihren Schiffen so, denn bis zu einem gewissen Grad sind alle an Bord erstmal gleich. Denn alle sind wichtig, jeder erfüllt einen Zweck. Es gibt praktisch keinen Menschenmüll. Also, gibt's ja so in der realen Welt auch nicht, aber in 40K gibt's das schon. Du bist unnütz, zu viele Mäuler, ich knall dich halt einfach ab. Auf einem Schiff ist das nicht so. Jeder, der auf einem Rogue-Trader-Schiff arbeitet, dient oder, naja, lebt, der soll da sein. Und somit ist niemand entbehrlich. Und das ist was ganz Krasses, was den Rest des Imperiums unterscheidet. Also, die nutzen praktisch das volle Potenzial der Menschlichkeit und der, sag ich mal, des 40K aus. Sie können überall hinreisen, sie können mit jedem Handel treiben, sie können praktisch alles tun. Und sie sind nicht gezwungen aufgrund von Ressourcenknappheit, weil sie halt nicht an irgendeinen Punkt gebunden sind und irgendwelche Dogmen oder so sie einschränken. Sie können alles nutzen und auf alle Ressourcen zurückgreifen. Und deswegen können sie sich auch ziemlich menschlich verhalten. Das ist eine tolle Eigenschaft, finde ich zumindest. Definitiv. Das gilt auch für ihre Erben. Ihre Erben unterscheiden sich von den Erben von Gouverneuren oder imperialen Herrschern ziemlich, denn die müssen regelrecht um die Nachfolge kämpfen. Aber nicht so wie auf einem Adelsplaneten, wo man sich einfach gegenseitig über den Haufen schießt. Auch das kommt selten mal vor. Es ist tatsächlich so, dass die Erben von Rogue-Tradern, die werden unterrichtet von Geburt an. Nämlich in allen weltlichen und esoterischen Lehren. Also natürlich auch jetzt Kriegsführung, genauso wie Handel, aber natürlich auch Religion und manchmal vielleicht auch so ein bisschen Warp-Kram, je nachdem, was die eigene Dynastie so drauf hat. Ja, und stellst du dich dumm an und bist nutzlos, dann wirst du einfach mal enterbt. Aber wenn du dich halt als gut und nützlich und findig anstellst, also voll im Geist deiner Dynastie, also ihr seid Abenteuer, ihr seid Entdecker, dann gibt es erstmal was. Dann gibt es nämlich ein Schiff und eine Arsch voll Leibwächter und dann tschüss erstmal. Nee, nix mit zu Hause bleiben und Geschäft übernehmen, nein. Es gibt ein leeres Schiff, meistens einen ziemlich fehlenden Kapitän zum Anfang, der natürlich mehr Tage hinter sich hat als vor sich. Und das ist dann so ein bisschen das kleine Stipendium, was sie bekommen. Also im Sinne von raus in die Galaxie ist, hier hast du alles erstmal, was du brauchst. Wenn du wirklich so gut bist, wie du glaubst und wie wir glauben, dann kommst du mit Profit und wahrscheinlich mehr Schiffen und Leuten zurück. Also hol dir so gesehen deine eigene Crew. Und das ist halt super. Und wenn sie nicht zurückkehren, naja, dann machen sie es halt in dem Sinne eh nicht wert. Und das ist tatsächlich, bevor die volljährig sind. Ich weiß zwar nicht, wann mein Imperium volljährig wird, das wird natürlich zu Kultur und sonst wie unterschiedlich sein. Ab dem Moment, wo du arbeiten kannst. Ja, sechs. Es ist ja sogar, wir können ja nicht mal Zeit richtig messen. Ich meine, der Ordo Kornos hat allein wegen dem Datum den Bürgerkrieg vom Zaun gebraucht, der immer noch läuft. Na, egal. Ja, und wie gesagt, Dekadente und unfähige Sprösslinge werden ersetzt oder ausgeschlossen. Also meistens halt. Es gibt natürlich einige, die halt in ihrer Dekadenz anfangen, Komplotte zu schmieden und sich auf irgendwelchen Welten festzufressen, wie so eine eklige, parasitäre Made. Aber natürlich gibt es dann immer noch die Helden und mutigen Rogue-Trader unter ihnen, die sowas halt recht schnell beenden. Klar, sie müssen immer wieder aufpassen und dreimal über den Rücken schauen. Und deswegen sind Freunde und gute Vertraute umso mehr wert bei den Rogue-Tradern. Und deswegen ist der Zusammenhalt bei ihnen auch unglaublich stark. Das heißt, allein überlebt sie nicht viel. Klar, es gibt immer Arschloch-Rogue-Trader. Aber, na, ich sag's mal so, die ehrlichen und guten überwiegen dann doch so ein bisschen, ne? So. Aber wir sind immer noch bei 14K. Jetzt mal genug von dieser ganzen Menschlichkeit, kommen wir zum Krieg. Ja, Rogue-Trader sind nicht nur Händler, sie sind auch Generäle und Krieger. Mal davon abgesehen, dass die Typen sehr, sehr viele abgefahrene Waffen haben. Also, das geht wirklich von natürlich der einfachen Pistole, Energiesäbel hin zu Peitschen, irgendwelchen Ringen, Kraftwerkgeneratoren. Also, Sachen, die einen unsichtbar machen, Exosuits. Also, ich meine jetzt nicht, ich meine wirklich Exosuits und keine Powerrüstungen. Also, die sind krass augmentiert teilweise. Rogue-Trader haben praktisch alles, was das 40K und die Inquisition zu bieten hat. Also, vielleicht hat die Inquisition drei, vier Sachen mehr. Aber ich bin mir der Meinung, wenn man mal Rogue-Trader, Inquisitionen, alles aufeinander werfen würde, da würde so einiges zu Tage kommen, wo beide Seiten sagen würden, krass, dass ihr sowas habt. Ja, definitiv. Man darf auch nicht vergessen, dass nur eine Sache im Imperium im Zweifelsfall zählt. Und das ist militärische Gewalt. Deswegen sind Rogue-Trader in der Lage, Armeen zu befehligen und aufzustellen. Aber diese Armeen müssen ja auch erstmal kämpfen. Und dafür müssen wir erstmal klären, welche Arten von Kriegen es überhaupt gibt und wo und wie sich die Rogue-Trader daran überhaupt beteiligen. Naja. Kommen wir zum einfachsten Krieg. Das ist der Eroberungskrieg. Steckt schon im Namen. Ich will was erobern. Land, Ressourcen, Mittel. Du hast etwas, was ich haben möchte, gib es mir. Dein Stein ist schöner als mein Stein. Deswegen hau ich dich jetzt zu Kleinstein, dann ist das nämlich mein Stein. Oh Gott. Aber ja, genau das. Ja. Oder wie ein anderer Podcaster mal sagte, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Ja, das ist der typische Krieg fürs Imperium und das ist nicht so das Ding der Rogue-Trader. Also die nehmen zwar teil, sehr selten, aber die mögen Ortsbindung nicht. So steckt er auch im Namen. Rogue-Trader, also Händler, sind viel unterwegs. Und sie liefern aber oft Waffen, Material, stellen Geld bereit oder vorübergehende militärische Unterstützung. Also zum Beispiel mal als Eskorte oder bei irgendeiner Stürmung sagen sie, gut, ich und mein Mann können da beispielsweise den und den Sektor befrieden und dann ziehen wir uns aber selbst dafür ein bisschen was raus. Glaubenskriege. Das ist der häufigste imperiale Krieg, denn nicht jeder Eroberungskrieg ist gleich ein Glaubenskrieg, aber fast jeder Glaubenskrieg ist ein Eroberungskrieg und so gesehen ist fast jeder Krieg auslegbar als Glaubenskrieg. Und das führt dazu, dass die Rogue-Trader das ziemlich mögen. Denn man kann ja alles und jeden zum Ketzer erklären und sagen, der Imperator will es, also wie auch immer Imperator auf, ach na ja klar, Imperator Wult. Genau, Imperator Wult, also Drufter. Und ja, mögen sie sehr gerne, ziemlich oft dabei mit einer aktiven Rolle. Und es gibt viele, sag ich mal, Rorants of Trade, die sogar aktiv zum Glaubenskrieg ausrufen. Das sind natürlich jetzt nicht die aus der großen Kreuzzugszeit, das sind ja die neueren, aber na ja, so ein kleiner Abseits drin, der schadet nie. Ja, dann gibt es die Xenozide. Zum Beispiel der Rangland-Xenozid steckt im Namen die Auslöschung von Aliens. Mutantenfalle übrigens manchmal auch drunter. Ja, steht erstmal nicht in allen Verträgen, wird aber generell erwartet, gehört so gesehen einfach zum guten Ton. Aber wie schon angesprochen, so abseits des Imperiums geht es so ein bisschen so, was die Inquisition, das Administratum, das Status on, die Liste ist sehr lang, nicht weiß, macht sie nicht heiß. Und es kann sogar mal sein, dass menschliche Schiffe, Kolonien und Verbündete einfach im Stich gelassen werden, wenn man mit den Xenos-Verträgen hat, sich mit denen gut versteht oder, na ja, ich sag's mal ehrlich, wenn er nach heute Drukari irgendeine kleine Kolonie berennt. Drukari sind als Gegner schon eklig genug, aber Menschen dabei noch retten, das wird teuer, wird Verluste fordern und, ach, wir tun einfach so, jetzt hätten wir es nicht gesehen. Verteidigungskriege, Beispiel, könnte man sagen, Cadia, also wo man lange versucht, irgendeinen Feind aufzuhalten. Ja, nee, machen wir nicht, kaum Profit, zu viel Risiko. Man muss die da sogar schon zur Zusammenarbeit zwingen. Es ist halt eher so, wenn ein System bestürmt wird, Tyranniden sich nähern oder so, dann machen Rogue-Trader meistens an, eins, traden, nämlich woanders hin. Kommen wir jetzt zu was, ich würd's übersetzen als Stellvertreterkrieg oder Krieg der Ablenkung. Und das ist meistens, um irgendeine Sache zu verbergen. Also, ein Konflikt bietet immer Möglichkeiten, aber wenn sich da Leute auf die Fresse hauen und sich beschließen mit Artillerie, dann ist man vielleicht gerade nicht so motiviert zu gucken, was in irgendeiner kleinen Bucht da überhaupt vor Kisten gerade in das All geschafft werden. Und Freihändler machen da nicht nur mit, nein, die sind sogar meistens schuld an sowas. Also, Ableckungskriege, Stellvertreterkriege werden von Freihändlern öfter ausge... Äh, jetzt hab ich's gesagt, Freihändler. Ich meinte Rogue-Trader, natürlich. Also, die lösen das aus, aber nicht mit ihren eigenen Leuten. Es gibt halt Söldner und Schläger in der ganzen Galaxis, denen man sich bedienen kann, und die dann über dein Schattennetzwerk, sag ich mal, also jetzt nicht, äh, direkt angeheuert werden, sondern du heuerst halt 16 Systeme weiter, einen Typ an, der 30 Systeme weiter handelt, dort einen Typ anheuert, der dann zu dem Söldnerzentrum geht, dort Söldner anheuert, die dann wiederum andere Söldner und so weiter, das ist klar. Und damit greifen sie dann irgendwo was an, dafür, dass du dir in dem System irgendwelche krassen Kristalle ziehen kannst. Ne? Ja. Können aber natürlich auch außer Kontrolle geraten und manchmal gehen da dann halt auch Rogue-Trader-Flotten bei unter oder ganze Systeme brennen danach, aber Hauptsache, naja, der Preis stimmt, ne? Der Gewinn, der Gewinn stimmt am Ende, das muss ja, das ist das Wichtige. Das stimmt, genau. Und Gewinn ist ein guter Stichpunkt, als hättest du meine Notizen gelesen, denn es gibt natürlich noch die sogenannten Kriegsgewinnler. Ähm, ja, du bist ein dummer Idiot, wenn du eine Partei im Krieg mit Waffen versorgst. Wenn du beide versorgen könntest. Und die andere nicht. Genau, genau. Denn das ist total das Ding der Rogue-Trader. Also natürlich beim Imperium, die brauchen immer Waffen. Und auch mal Fahrzeuge und Medicals und Essen. Und eigentlich ist im Krieg alles auf einmal wertvoll. Es gibt ja ein Zitat, wer im Krieg kein Geld verdient, ist ziemlich dumm. Also wenn man jetzt zum Beispiel, merkt man auch jetzt, wenn man kein Gewissen hat, kann man ja auch auf Rheinmetall-Aktien setzen. Oder, naja. Der Punkt daran ist, genau, wir sind ja kein Wirtschaftspodcast. Wir reden hier nur über Grausamkeiten in einer fiktionalen Welt mit Plastikfiguren. Aber jedenfalls, wenn diese Plastikfiguren real werden und diese Rogue-Trader real werden, dann würde ich euch sagen, dass die ziemlich gerne dabei sind und auch manchmal so ein bisschen am Kriegsgrund beteiligt. Also nicht, das ist jetzt kein Stellvertreterkrieg, aber keine Ahnung, Mannschaft A will Monolith A schützen und Mannschaft B nicht. Und dann könnte man ja den Monolithen mal umstoßen und gucken, was passiert. Und ach, guck mal, wir haben hier gerade 200 Panzer, die ist super, ne? Also die Definition von fuck around and find out. So ein bisschen, so ein bisschen. Und man kann ja auch sagen, Rogue-Trader haben verdammt viele Verbindungen. Und nur weil bei dir den Medipack gerade einfach 300 Thronen kostet, auf diese Bezeichnung bin ich gestoßen, also Throne, das ist wohl irgendeine Währung, heißt das ja nicht, dass das 16 Systeme weiter genauso ist. Vielleicht kostet es da nur 5. Ja, du kaufst es da. Das ist halt typisch Handel. Du kaufst es da billig ein, um es irgendwo anders teuer zu verkaufen. Genau, und nicht jeder hat halt die Möglichkeit, rumzureisen. Und wenn du irgendein verfickter Soldat bist, der gerade am Verrecken ist, dann, äh, du bezahlst jeden Preis. Wenn du das Geld hast. Genau, wenn du das Geld hast. Das erinnert mich an diese Bastarde von Medics auf dem, auf dem, äh, Konquist. Och, ja, ey, gegen Gatehain, ey, wenn, ganz ehrlich, wenn ich mal mitkriege, dass ihr einem meiner Männer die Heilung ver, ver, wie heißt das, verwehrt, genau, dann ziehe ich euch persönlich meinen Schreiter mal in die Fresse. Der ist groß. Das ist ein großer Fleischklopfer. Oh ja, der ist, das ist kein Witz, Leute, der ist fast so breit wie meine Schultern. Also, das Ding ist wirklich richtig breit. Oh Gott, so meinte ich das gar nicht. Ähm, so. Und so lang wie mein Andy Way. Ja, okay, und mein, äh, ja, übrigens, mein Kriegshammer ist auch eine richtige Wucht, ne? Also, wir reden jetzt hier von der Waffe. Und folgendes, Truppenmusterung ist nämlich auch noch so ein Thema, weil man muss ja auch, sag ich mal, also, Diplomatie ist sinnlos, wenn du kein militärisches Gegengewicht hast. Und da gibt es für Rogue-Trader neben der angesprochenen Imperialen Garde, die man sich hier und da mal regulieren kann, zwei Mal. Weil, wenn, wenn du, äh, wenn der andere sagt, du und welche Armee, dann ist das nämlich scheiße. Ja, und solange du durch Trazen the Infinite bist und sagst, äh, ja, lustig, ich hab acht dabei. In der Tasche. Das ist kein Witz. Ja, ich weiß. Hast du denn eine Armee dabei? Nein. Ich hab acht dabei. Ähm, der Punkt ist, du kannst eine eigene Armee aufstellen oder etablierte Söld. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Also, eine eigene Armee ist leider sehr teuer. Ihre Aushebung dauert. Die Leute müssen verpflegt werden. Die brauchen Ausrüstung, Unterbringung, Training und so weiter. Bewaffnung, na klar. Und auch Fahrzeuge, Flugroute. Kostet alles Geld. Kostet alles Geld. Genau. Es kostet alles Geld. Selbst eine Armee zu verlegen, ist ein Albtraum, sofern du nicht eine Armee in deine Rogue-Trader-Flotte integriert hast. Aber wenn, wenn, ist sie ganz schön praktisch. Ja, die ist verdammt teuer. Aber du hast vielleicht immer ein paar tausend Leute, die bereit sind, alles auf deinen Befehl umzulegen, was du brauchst. Und es ist halt auch so eine Sache, äh, mit dem Gouverneur zu verhandeln, wenn du in der Lage bist, seine scheiß Hauptstadt zu stürmen. Teuer, aber effektiv. Was ein bisschen schneller geht, sind Söldner. Die sind aber halt noch teurer. Denn, man, Söldner haben jetzt erstmal nicht so einen guten Ruf, aber auf den ersten Blick vielleicht, aber Söldner, die Rogue-Trader angeheuern, die schon. Denn denen sind Ruf und Kontrakt extrem wichtig, denn etablierte paramilitärische Organisationen, die achten natürlich darauf, gegen entsprechendes Geld. Aber, ihr Vorteil ist, sie bringen meistens eigene Flotten mit, eigene Waffen, und vor allen Dingen auch Fahrzeuge und Co. Also, rund um Sorglos-Paket, könnte man sagen. Aber natürlich auch sehr teuer. Vorteil ist, du musst dich meistens um ihre, also, um die, über den, äh, das Verschiffen davon, keine Sorgen mehr machen. Also, liegt so ein bisschen daran, was hast du? Hast du Zeit oder hast du Geld? Ne? Ja. Wie gesagt, Mittelweg ist die imperiale Garde. Die dürfen dank einiger Lizenzen rekrutiert werden, aber es ist so eine Sache. Weil, das mag zwar verlockend erscheinen, aber solche Konzepte funktionieren in der Theorie oft besser, als in der Praxis. Einheiten sind halt oft aus dem einen oder anderen Grund nicht verfügbar. Ein lokaler imperialer Gouverneur findet es vielleicht bequemer, die Anfrage eines Freihändlers zu ignorieren, als gut ausgebildete und gut ausgerüstete Soldaten einfach so abzugeben. Weil, wie gesagt, du weißt halt nicht, ob die zurückkommen. Ich meine, ich werde auch nicht zurückkommen. Und, dann bleiben noch die Engel des Todes. Ne, ne, andersrum. Andersrum. Du weißt genau, dass sie nicht zurückkommen. Das ist wohl die harte Realität. Die Jungs sind verloren. Aber, manchmal will man auch jetzt nicht breitgetreten bekommen, vielleicht gerade in wichtigen Sektoren, dass man sich einem der größten Freihändler verwehrt hat. Naja, und wie gesagt, die Engel des Todes gibt es ja auch noch. Ja, es ist verdammt selten, aber einige Astatus-Orden haben Verträge oder helfen den Freihändlern sogar recht gerne oder einzelne, sage ich mal, individuellere Astatus-Chapter. Unter anderem, die Space Wolves sind zum Beispiel gar nicht so super selten in den, ähm, Freihändler-Gegenden. Also, heißt jetzt nicht, dass da überall Astatus rumlaufen. Nein, nein, nein. Aber, sage ich mal, du kommst verdammt viel rum, du bereist mehrere hundert Systeme in einem Jahr, dann kann es sein, dass dir unter den drei Astatus, die du triffst, durchaus vielleicht zwei Space Wolves entgegenkommen. Kann sein. Ja, doch, das, äh, ja, das passt ganz gut. Genau. Und es hängt letztendlich davon ab, wie groß ist deine Flotte, wie viel Geld hast du, was kannst du machen, aber prinzipiell ist eine Freihändler-Flotte bis vielleicht auf Titan erstmal keine Grenzen. Ja, doch, Terra. Ja, gut, aber ich meine, du kannst halt dir fast alles requirieren, außer vielleicht Custodes und Titan. Ach so, Titanen, ach so, ich dachte Titan, der Mond. Nein, also Grey Knights gehen natürlich auch nicht, richtiger Punkt, aber Psyoniker, Ritterhäuser, warum nicht eine Gruppe Freeblades aufnehmen, ihr wisst nicht, was Freeblades sind, Leute, Nein folgen, was macht ihr noch hier? Richtig. Zurück mit euch, also wirklich, ne? Ja, und dann gibt's noch was, ähm, das passt, passt das jetzt hier rein? Nein, aber ich wüsste nicht, wo ich es sonst unterbringen soll und wir müssen nämlich noch über die Footfallen reden. Also, die Footfallen bezieht sich auf diejenigen, die aus den Siedlungen in der sogenannten Chronos-Ausdehnung standen. Oh Gott. Insbesondere, wie der sogenannte Ort auch heißt, Footfall. Was ist jetzt die Chronos-Ausdehnung? Die Chronos-Ausdehnung ist in dem Namen, ist der Name der imperialen Behörden für einen bestimmten Raum innerhalb der Halo-Sterne, also eine bestimmte Region, jenseits des Kalexis-Sektors im Segmentum Obscurus im Nordwesten der Galaxis. Also, ja, ne? Endgame-Gebiet ist klar. Ja, und da gibt es tatsächlich dank der Rogue-Trailer Kolonien in den Halo-Sternen und das gab's ja schon mal, die wurden ja ausgelöscht, Kreuzzug, bla, man kennt's, ne? Aber die Rogue-Trailer, die sind wie Schirme, die kriegst du nicht weg. Und die Menschen, die auf diesen Welten und Siedlungen leben, treiben sie sich mit allerlei möglichen Arten von Imperator-Lästernen Individuen herum. Nicht nur abtrünnige Psyoniker und Xenos, nein, auch Ketzer und Chaos-Gultisten. Es ist tatsächlich so, dass das wilder Raum ist, dass das, das ist der Ort in der Galaxis, da kannst du alles erreichen oder verdammt schnell verschwinden, aber nur weil du Psyoniker bist, ein Elder und vielleicht auch jemand, der so einen kleinen Chaos-Schrein irgendwo stehen hat, wirst du da nicht umgelegt. Da steht ein Typ neben dir, der hat vielleicht einen imperialen Aquila irgendwo tätowiert, neben einem Kerl, der einen Chaos-Stern irgendwie so ein bisschen unter dem Auge hat und so. Das ist alles so ein bisschen shady. Ich meine, was bringt es, Person A, B abzuknallen? Nee, vielleicht wäre ich hier selber abgeknallt. ja, diese Footfallen leben halt in einer ganzen, sag ich mal, Untergrundgesellschaft der Ungerechtigkeit und sie haben halt gelernt, gerissen und verschlagen zu sein, um in diesem Netz aus Geschäften und Kontrakten zu existieren. und es gibt halt einen Haufen Aussehen-Posten, die für diese Footfallen berühmt sind und berüchtigt. Es gibt zum Beispiel die berühmteste unter ihnen, das ist eine Station im All und das ist Footfall und da kommen, wie gesagt, diese, kommt dieser Name für diese Art Menschenheit her. Man nennt sie auch die Kinder der Ausdehnung oder die wahren Kinder der Ausdehnung. Heißt mit anderen Worten, es gibt Leute, die werden auf Raumschiffen geboren und es gibt Leute, die werden auf Planeten geboren und dann gibt's die Footfallen, die einfach auf Reisen und überall geboren worden und die sind geistig wie körperlich ein bisschen flexibel. Wie gesagt, die stammen von Freihändlern ab, die vor langer Zeit in diese Region kamen und haben den Großteil ihres Lebens damit verbracht, alle Arten von Bewohnern der Kontrakten ausdehnung die Hand zu reichen oder manchmal auch das Messer. Unabhängig von ihrem Geburtsort neigen sie alle dazu, ähnliche Ansichten von Verhaltensweisen und dem Imperium zu haben und sind es gewohnt mit allen Arten von Individuen umzugehen. Also wie gesagt, religiöse Fanatiker, Kultisten, Attentäter, Spione, Narko, Stammesangehörige, Nomaden, Flüchtlinge von der imperialen Justiz, Händler, Xenus, Abtrünnige, Psyker, Freihändler und, 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 und wie gesagt, sogar Anbieter der verderblichen Mächte. Weil, ich sag's mal so, da draußen, wenn der Preis stimmt, dann hab ich nix gesehen. Und, das macht diese Welten und die Footfallen zu dem riesigen Schmelztiege der Kulturen und Glaubensrichtungen und nur dadurch kann man da verdammt viele nützliche Informationen über nicht nur die Kondus-Aussehnung erhalten. Ich mein, es ist so ein Ding, ja, verbrennt den Ketzer, tötet den Mutanten, aber vielleicht weiß wer was. Und wenn man nicht ganz so dogmatisch ist, kann man da vielleicht eine ganze Menge rausfinden. Und es gibt's noch etwas, ich konnte da nicht was herausfinden drüber. Wenn mir da jemand was erzählen kann, gerne, ich werd auf jeden Fall noch mal ein bisschen gucken, aber in der kurzen Zeit hab ich's jetzt nicht gefunden. Denn in der jüngsten Zeit gibt es noch etwas, was die Footfallen von den anderen Bewohnern der Aussehnung unterscheidet. die unter ähnlichen Umständen aufgewachsen sind. In den letzten Jahrzehnten hat sich bei einigen in der Ausdehnung geborenen Kindern ein beunruhigender Trend entwickelt. Nämlich einige von ihnen sind dafür bekannt, dass sie eine Art seltsamen sechsten Sinn haben. Es sind jetzt nicht wirklich übersinnliche Fähigkeiten, aber es scheint, dass sie irgendwie vom Warp berührt sind. Und man weiß nicht so genau, was das ist. Was das für eine Fähigkeit ist? Keine Ahnung. Aber möglich ist erstmal alles. Und das sind die Footfallen. Und die sind praktisch das Produkt der Rogue Trader auf Regionen. Und ich finde es super interessant, dass es diesen ganzen Extremismus von allen Seiten so ein bisschen ad absurdum führt und sagt so, ey, ich sag nicht, dass es eine tolle Gesellschaft ist, aber es ist möglich, dass sowohl Ketzer, Psyoniker, Freigeister, Kultisten, Attentäter, Xenos und Mutanten theoretisch zusammenleben, ohne sich komplett umzubringen. Und das war dann, für mich selbst, war das super interessant, weil ich hab mich immer gefragt, dass es, also ob es sowas irgendwo gibt, ich hab's tatsächlich so ein bisschen auf so leichte Chaoswelten immer geschoben, aber nein, es gibt es auch woanders. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich schon am Ende meines Teils, aber was sagst du denn zu den Footfallen? Ich fand das interessant, ich hab die noch nie davon gehört, ich werd mich definitiv noch ein klein bisschen damit beschäftigen, ähm, weil das stinkt ja eigentlich, ähm, nach Theorien. ja, also die Footfallen bieten super, äh, super, super viel Potenzial und ich muss auch sagen, die, die Rogue Trader auch, also ich, das ist eins meiner neuen Lieblingsthemen in 40k und ich hab mich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allein durch diese kleine Folge und wir haben ja, Leute, uns bewusst, das ist noch nicht alles für die Rogue Trader, heißt ja nicht umsonst Rogue Trader 1, ähm, hab ich mich schon für das Videospiel erwerbt, ich will das unbedingt spielen und das, also diese, diese Möglichkeit, was Rogue Trader aufmachen, ich, ich find das großartig, also klar, ein Astartes zu sein, ist bestimmt irgendwie schon cool, ja, romantisiert alles schlimm und bla bla bla, ja, klemmt durch, aber Rogue Trader ist für meinen Geschmack gerade noch ein bisschen cooler. Ja, ähm, ich denke, also ich hab jetzt auch so vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn du die Wahl hast, also wenn du, wenn du im 40k leben müsstest und du hättest die Wahl halt eigentlich zwischen einem Leben, was höchstwahrscheinlich ereignislos und friedlich abläuft, auf irgendeiner Agri-Welt, ähm, könntest du höchstwahrscheinlich dein Bauernleben, ähm, leben, ohne dass du jemals irgendwie einen Kampf gesehen hast. Ähm, das ist halt, muss man auch dazu sagen, wir sind zwar dieses Grimdark Imperium, ja, aber theoretisch, ähm, es gibt zwar gefühlt überall Krieg, weil es ist halt ein Tabletop-Spiel ursprünglich, was auf Krieg aufgebaut ist, ne, da bekriegen sich Armeen, aber mittlerweile ist eigentlich klar, dass das halt definitiv nicht überall so ist, dass es jetzt nicht so, dass auf jeder Welt alle zehn Jahre Krieg herrscht. Ähm, das heißt, entweder bist du halt ein gechillter Farmer, ich meine, so einen Fabrikarbeiter würde keiner freiwillig machen, oder die andere Möglichkeit, meiner Meinung nach, die man machen könnte, wäre ein Rogue-Trader, wenn du, wenn man die Möglichkeit hat. wenn dein Leben eventuell kurz und episch sein soll. Oder auch lang und, äh, sehr episch. Lang und sehr episch, ja, ja, klar, aber, also, ich sag mal so, ich glaube, die größte Möglichkeit, wirklich frei zu sein und nicht wahnsinnig zu werden, wie bei der Inquisition, sind dann wahrscheinlich die Rogue-Trader. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ähm, schreibt uns mal gerne in die Kommentare, ob wir nochmal was zur Konos-Ausdehung machen sollen oder generell zu so freien Gesellschaften, weil ich fand das Thema recht interessant, wie wir das dann umsetzen, das wissen wir noch nicht, ob wir das als Podcast machen, als YouTube-Video oder vielleicht auch sogar als Sonderfolge bei unserem Steady, äh, wo ihr natürlich für 4,50 im Monat direkt dabei seid, da gibt's jede Menge Sonderfolgen und bald müsste auch noch eine weitere kommen und ja, ich würde sagen, Max, sofern du nichts mehr zu sagen hast, dann freuen wir uns auf eure Kommentare, die ihr uns unter diese Folge natürlich gerne hinterlassen könnt und dann bleiben noch zwei Worte, nicht wahr? Ja, im Grunde genommen wie immer, Leute, Hydra Dominatus. Hydra Dominatus. Hydra Dominatus. Hydra Dominatus.